Hi! Heute gibt es bei mir leckere Bananenmilch. Ihr braucht dafür 5 reife Bananen. Die sehen dann so aus. Also die haben ein paar Zuckerpunkte, erst dann sind sie reif. Dann tut ihr diese 5 reife Bananen in einen Mixer und füllt das Wasser auf, bis ihr 150 ml Flüssigkeit in dem Becher habt. Und dann tut ihr noch etwas Vanille hinzu. Vielleicht einen halben Teelöffel. Und dann habt ihr leckere Bananenmilch. Guten Appetit! Vielen Dank!